So, mein Kind, dann würde ich jetzt gerne mal wissen, was du dir so zu Weihnachten wünschst. Also, ich hätte gerne ein MacBook Air, ein iPhone, eine Turnmatte und eventuell noch ein paar Socken, aber die sind nicht so wichtig, also ja. So, mein Kind, dann würde ich jetzt gerne mal sehen, was du dir so zu Weihnachten wünschst. Und ihr könnt sogar noch am Ende was gewinnen. Und ja, ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie die Verlosung funktioniert. Und zwar müsst ihr in jedem unserer Videos, die immer sonntags und mittwochs online kommen, Mittwoch um 14 Uhr und Sonntag um 11 Uhr, den Emoji finden, den wir da drin versteckt haben. Und zwar funktioniert es so, ihr schaut zum Beispiel jetzt Emmys Video an und findet den Emoji. Sagen wir einfach mal, das wäre der Herz-Emoji. Und dann könnt ihr euch den einfach in eure Notizen aufschreiben. Und dann schaut ihr mein Video und findet auch den Emoji und dann schreibt ihr euch auch den in eure Notizen auf. Und das müsst ihr halt immer weitermachen, bis ihr halt die kompletten Emojis gefunden habt. Und die Reihenfolge funktioniert halt so. Es ist am Tag immer erst Emmys Emoji, sag ich mal, und dann nach meiner. Und dann am letzten Video, am 24., da zeigen wir euch auch noch, was genau das in der Verlosung ist. Es hat einen Wert von ungefähr 5 Euro und dann könnt ihr das einfach gewinnen, indem ihr uns eure Emojis schreibt, die ihr halt gefunden habt. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, auch wenn es nur eine kleine Verlosung ist. Aber ihr bekommt auch noch eine Autogrammkarte von mir, eine Autogrammkarte von Emmi und eine Autogrammkarte von uns. Also da haben wir halt beide drauf unterschrieben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich kann einfach nicht einpacken. Aber dafür gibt es Tüten. Ja, ist jetzt keine weihnachtliche Tüte, aber die Tüte kommt ja eh nicht drauf an. Was machst du denn da, Jessica? Ähm, nichts. Ich wollte nur gerade Werkzeug holen. Fuck, 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 fuck. Wir brauchen nämlich so ein Teil in der Schule, glaube ich. Ah, es schneit. Oh mein Gott. Ich liebe den Schnee. Oh, ich glaube, ich gehe gleich mal runter und baue einen Schneemann. Boah, es regnet. Ich hasse es. Ich meine, es ist Winter, warum schneit es nicht? Ich gebe die Hoffnung auf. Das ist scheiße. Meine Tochter will also einen Adventskalender haben. Hat sie mir vorhin erst gesagt. Gehe ich eigentlich direkt mal in die Drogerie und kaufe mal so einen Beauty-Adventskalender. Vielleicht von Essence, vielleicht mal von Maybelline. Muss ich mal gucken. Oh, meine Tochter wollte ja noch einen Adventskalender. Den sollte ich eigentlich schon vor einer Woche kaufen. Naja, jetzt kaufe ich halt noch schnell so einen Schoko-Adventskalender für einen Euro. Das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt den Emoji gefunden. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder bei meinem nächsten Weihnachtsvideo aus dieser Weihnachtsreihe. Und falls ihr jetzt Emmys Video noch nicht gesehen habt, findet ihr es in der Endcard und auch unten verlinkt. Also viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.